Hallo meine lieben Freunde. Willkommen zurück bei 7 days to die. Tut mir sehr leid, dass die letzte Folge ein bisschen fehlerhaft war. Habe zuerst in der Folge gemeint, dass ich keinen Sound auch genommen habe. Ich wollte jetzt nicht alles zum Voice-Over machen. Aber heute nehme ich mir auch schon ganz viel. Habe jetzt genug gehabt für ein Blase-Balk. Hatte aber nicht mehr genug Steine für die Schmiede. Das ist eines, was mir gefällt. In der Nacht kam auch ein paar Zombies vorbei. Sie haben mich nicht aufgespürt. Aber sie sind hier wohl in die Falle gerannt. Ui, zu viele. Warum machen die das? So viel Holz haben die zerstört. Haben die wenigstens was Gutes dabei? Nee, das gibt's nicht. Naja. Nicht wirklich gut, aber... Was soll's. Ihr seid halt nur zombies. Ihr gönnt nichts dafür. Ich bin nett. Gebt mir eure Knochen und sind glücklich. Ich weiß auch nicht, warum die sich eben nicht in Stacheln reinhänden. Naja. Wir holen uns jetzt die Steine, die wir brauchen für unsere Schmiede. Und dann machen wir die gleich fertig. So. Jetzt sollten wir... Ne, haben wir immer noch nicht genug. Wir brauchen 50. Ne. So, Bauwerkzeuge. Jetzt aber. So. Schmiede. Fertig. So. Die Zeit können wir jetzt ein bisschen weiter abbauen. Level 7. Yeah. Schon Tag 6. Eigentlich wollte ich jetzt recht schnell ganz viel Holz. Aber das würde ich eher lieber machen, wenn ich hier die Schmiede habe. So. 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 So lange kommt das. So lange kommt das. So lange kommt das. Jetzt bin ich ein bisschen unterflügt. Mit der Transformation. So lange kommt das. Jetzt kommt das hier. So lange kommt das. So lange kommt das. So lange kommt das. Aber ich weiß nicht, was ich hier mit dem Haus machen soll. Ich verstehe immer, ich bin da völlig gut. Ich glaube, ich würde lieber eine Wand noch mal davor ziehen. Und dass man da dann alles hat. So, was brauchen wir denn für die Spiele? So, wo kommt die Spiele hin? Oh, wir müssen da rein. So, kommt Eisen rein. Da rein. Lehm da rein. Das war die Kohle. Und dann können wir einschalten. Machen da noch ein bisschen mehr und schon kommen wir an Eisenbrungen. So, und wir brauchen ganz viel Holz. Und deswegen holen wir den Stein. Na, ich brauche ein bisschen mehr Eisen. Ich denke mal, das, was da drin ist, wird noch nicht reichen. Also holen wir ein bisschen mehr Eisen. Ich muss mal ganz kurz rüber rutschen. Ein Moment. Kurz. Nehmen wir das drücken. Zurück. Und dann können wir weitermachen. Okay. Dann die Steinachst wieder zerlegen. Und die Nächsten nehmen. Und das übliche... Nein, wir brauchen keine. Wir machen uns gleich eine Eisenachst. Nur noch diesen einen hier. Und dann sollten wir Eisengegenstände machen können. Und dann wird es dann schon viel schneller. Denke ich mal. Wirklich. Dann müssen wir vorankommen. Und dann sichern wir hier nur noch ab, würde ich sagen. Bis zur nächsten Nacht. So. Wie viele Eisen können wir denn machen? Zu gut wie gar nichts. Okay. Das dauert dann wohl noch ein bisschen. Wir holen jetzt auf jeden Fall schon mal mehr ein paar Pläne. Ich hab nämlich was vor. Ich weiß jetzt, was ich machen möchte. Dafür brauche ich aber dieses Schöne Material. Und dann machen wir nämlich Steinwände. Und dann können wir von da aus gucken und runter gehen. Das macht mehr Sinn. Hoffentlich. Ich hab keine Ahnung, ob das Sinn macht. Aber wir werden sehen. Hauptsache es hält irgendwie die Zombies ab. Das ist ja das, was wichtig ist. Das ist ja das, was wichtig ist. So. Rohstoffe. Pflastersteine. Ganz viel. So. Falls dann nämlich noch Steine fehlen. Dann locken wir auch wieder den Stein kaputt. Ach. Immer dieses Material. Was hier wird. Wenn das fertig ist, machen wir nämlich die. Wo ist es denn? Tafel machen wir welche. Stein kaputt. Stufen. Warten wir nochmal kurz. Waren wir auch vier Stück. Und dann haben wir schon mal irgendwie was. Damit wir leben können. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Flastersteine. Dann ist es wirklich jetzt nur Farm 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 Ich würde nämlich sagen, dass wir jetzt da oben vielleicht schon genug haben. Das wäre vielleicht ein Eisenwerkzeuger, denke ich. Aber richtig viel Eisen kommt da auch nicht bei rum. Was können wir denn? 16 brauchen wir und 20. Das dauert. Sehr lang. Dann machen wir noch unsere Werkzeugwunde kaputt. Wir müssen erst eine Schaufel, bis sie kaputt ist. Und dann sollten wir da genug Sachen haben. So. Das ist echt das langweilste hier in diesem Spiel überhaupt. Also zum zugucken. Wenn man es erst macht, geht es ja noch, aber in der Zukunft ist das echt die Hölle. So. Schaut. Das gehört jetzt echt lange aus. Das ist von Wies kommen wir nicht so wirklich lang. Lass mich schön in Ruhe hier. Das ist nett. Jetzt ist sie kaputt. Dann legen wir sie drauf. Und dann machen wir noch die Steinachs kaputt. Wir machen zwischendurch noch mal ein paar neue Schleistersteine. Wir können kurz das einfach mal machen. Pass. Und dann hier noch die Steinplatten. Sehr gut. Ich habe wieder ein bisschen mehr Kraft hier, um den Stein auch kaputt zu hauen. Geht langsam voran, aber es geht voran. Ich habe eine Basis, die ich jetzt auch gleich ausgebaut habe. Ich werde von innen dann auch noch stacheln machen, falls irgendwann mal doch jemand durchkommt. Das ist mein Plan. So. Dann rennen wir doch mal rein. Okay, wir können nicht rein gerade. Weil wir da mal wieder krass sind. Ich spiele von Hand, das ist gut. Wir packen noch mal ein bisschen Kohle rein. Wir machen ein bisschen mehr Eisen. Wir können dann schon mal eine Axt machen auf jeden Fall. steine brauchen wir noch ganz ganz viele machen dann natürlich wieder neue schlöstersteine um dann wieder neue steinblöcke zu machen und die axt dauert so lange ihr seht es jetzt noch zweieinhalb minuten mein gott kurz gucken ist jemand da nein hier lasst mich in ruhe vielen dank so wir brauchen übrigens doch eine schaufel weil wir nicht genug oder eine schaufel als schaufel ist vielleicht nicht ganz so notwendig aber wir haben definitiv nicht kein problem aktuell jetzt ist die axt kaputt schmiede brennen auch das ist schön schmiede brennen aber nicht mehr lange dann können wir da mehr eis noch reinhauen und wir können jetzt zurück in ruhe noch ein bisschen um sachen weg freuen das wären erst 23 sternwölke das ist nicht viel eine minuten noch da weiß ich ja alles nicht mehr zu lang haben wir noch irgendwas das wir brauchen können so 26 ich hab noch ne axt warum sagt immer keiner was so die axt ist fertig klastersteine werden gemacht das ist auch gut und wir gehen bäume fällen ich stehe hier so nett in einer reihe lässt sich die wir gepflanzt haben krass ich lass dich mal wir wollen ja nicht im wald wohnen ich bin gespannt von wo die zombies kommen geht es schneller eigentlich geht es schneller eigentlich also stück und natürlich auch noch weiter steinwerden so hat es doch schon mal gut wenn wir weiter fällen ja ein bisschen mehr bringt wenn wir kraft haben das kostet ganz viel kraft aufs dauerverbrauch haben auch schneller aus das ist doch schon mal ein bisschen besser wenn ihr seht unten links schnell die ausdauer weg geht hier beim holz hacken das ist ja schon nicht mehr feierlich ein neues fugenest so dahinten waren wir schon da ist die städte naja wird schon irgendwie werden nicht laufen für den baum sieben sieben holzstöchel machen jetzt ich würde sagen das tue ich werde jetzt zwei tage nacht das werdet ihr dann sehen